ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play um sie zwei wir befinden uns immer noch auf der karte kerkrich falls die linie 70 70 ist doch richtig gewesen scheiße heißt wir müssen noch mal umschildern 070 01 weil ich habe ich dachte es wäre 70 aber es ist die 70 von kerkrich hauptbahnhof nach plan nach plan camp ost und das ganze machen wir immer noch mit dem sowohl immer ein genau 6 und so weiter und so fort gut jetzt steht da nichts das ist perfekt dann 0 1 ich habe es kaputt gemacht gute 11 er hat das t-shirt stimmte mal aber wenn du nichts schildern würde dann sind so jetzt stellt er nur plan camp ost wird naja gut dann halt nicht ja doch jetzt macht das jetzt schon mal 70 dran das war immerhin etwas aber hier will gehen damit also fahren wir ab ich glaube nicht stamm mitte Und jetzt ist es schon bei uns, wenn man... Da ist Kling's Busterhausen, da ist Wildhautzeiten, Gleichweide, Grönau, Atme ist Hof. Da ist der Hauptbahnhof, da ist Brandenburger Tor, Friedrichstraße, Tempelhof Südkreuz, Westkreuz. Jetzt ist mir jetzt erst aufgefallen. Normalerweise bin ich meistens immer bei Nacht gefahren, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Hängt dann wahrscheinlich damit zusammen. Das ganze ist ein Gelenkkurs. Das heißt, wir könnten eventuell irgendwo durch die Grenze kommen. Ich glaub's zwar nicht, aber ich will mal zeigen, da, Gelenk. Naja. MKI muss aushelfen, Hakenhalten und Offensure muss zur Verfügung notwendig. Ein normalen Fahrschein bitte. 72. Danke. Ja. Bitte. Ups. Versehen nichts, wenn man auf den Knopf gekommen ist. Wovon ich Vorfahrt gehabt hätte, aber der kam mir ein bisschen schneller angeschlossen. Ich bin jetzt eigentlich zuerst so wie 82. Ja, bis zum neuen Rathaus und dann nicht mehr. Ah, okay. Ja, dann. Dann legen wir mal hoch auf 50. Meep. Alter Mensch. So, das ist für uns gewünscht. Passt ja perfekt. Das will mal mehr. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Da kam noch jemand. So, da wollen wir so achten. Ich habe Vorfahrt, die einen achten. Da wollen wir so achten. Du bist so achten. Oh, ich bin soチャust. Ich bin so kass, das ist nur ein Essener. Ich bin so kass. Ich bin so kass. Ich bin so kass. guten tag hallo 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 ja ja klappe alte wunsch haben wir ich glaube da kann doch da kann jemand kommen ja 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 nun fahr ich komme da sonst schlecht an dir vorbei ja 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 he ja qu Chill ja ja Kommen Sie rein, können Sie rauskommen. Hallo. Einen Fahrschein bitte. Einen Fahrschein. 72. Bitte. Oh, ein Facelift auf der, oh, auch E70. Oh, der Facelift sieht jetzt aber echt schön aus, das ist wie Pain, muss man auch mal sagen. Festbahnhof Kärmlich, Norden, aufsteige Möglichkeit zu den regionalen Zügen der Deutschen Bahn. Das passt für ihn. Oh, das ist ja echt, echt cool. Also wenn man mal so guckt. Ja, hat was. Das passt. Das war's für heute. 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 Da ist er. Ja. Ich hab richtig Glück mit den Ampeln. Muss ich einfach mal so sagen. Also das hab ich auf jeden Fall nicht. Das ist ja auch nett. Das war's für heute. 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 Ich nicht die K. Hoch. Nicht umschalten. Nein, nein. Hallo. 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 Eine Tageskarte hätte ich gerne. Initialdiscard 9 Euro Perfekt passend, danke Dorfstraße Dorfstraße Ok acostumbring Ja, ja, ich weiß. Oh Gott, oh Gott, ich bin um die Kurve gefahren. Hallo. Wobei, die Grenzen kommen wir hier nicht. Wir haben noch genug Platz im Bus. Jetzt ist man bei der Hälfte. Von daher. Passt das schon? Oh, da bin ich aus. Ich sag halt nichts bei Weinstein. Kann ich ja auch. Ich komm hier an, aber wird gerupt. Nee, ist klar. Total wunderbar. Naja. Kannst du machen, nichts. Wo ist die Rücke zu? Alter. Oh mein Gott, ey. Hallo. 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 Die Straße ist in der Nähe des Stadens. Geh mal ein bisschen Doss, ja. Ein wunderbares Standbewerb von Amosie. Mein Gott, was Amosie nicht alles kann. Ah, geht doch. Mein Breitwunsch. Mein Gott, was hier ist. Nein, da warte ich jetzt nicht. Nein, da warte ich. Großart wird nur 1.30 Uhr fahren. Warum ist das denn? Naja. Untertitelung des ZDF. Warum halten wir denn da eigentlich Pausen? Oh, ein bisschen. Eine gute halbe Stunde hätten wir da Pause, alter Vater ey. Okay. Hallo. 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 Ach. Warum will man hier aussteigen? Was ist denn hier? Hier ist doch nichts. Weiß und breit, nichts in der Nähe. Wir schließen die Fahrt ab und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.